Wir haben hier vier Stationen, eine Station zum Brellen, eine Station zum Werfen und Fang, eine Station zum Rollen und eine Station, da überlegen wir euch Verbindungselemente und die zieht Raumwegung ein. An jeder Station gibt es sechs Übungen und du suchst dir dann eine Übung aus. Ist das so gemeint mit der Handfläche? Oder so? Also du kannst erst wieder von hier, den Ballen, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Das war's für heute.